Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Muckscraft. Und ich würde jetzt mal sagen, ich will heute mal ein bisschen gucken, hier im Dekobau ein bisschen zu kämpfen. Einfach mal so zum Spaß. Und ich gucke gerade, ich glaube den hole ich mir mal. Ah ja genau, zu zweit immer, immer zu zweit. Den habe ich schon, wir haben hier nur Eisenrüstung und so. Und ich habe ein Herz, sonst muss ich mir ganz schnell wegrennen. Weil sonst wird es kritisch. Und er verfolgt mich. Wow. Ist der hinter mir? Oh. Wo ist er denn? Soll ich jetzt hier ein unsichtbarer ist. Wo ist er? Boah. Nein. Ach man, schon einmal gestorben, okay. Ähm, ja, ich kämpfe hier erstmal nur bis... bisschen mit normaler Eisenrüstung. Oh man, was mache ich denn überhaupt gerade? Ich bin voll verplant gerade. Boah. Boah. So. Zack. Zack. Und zum Deku. Da ist er. Und hier ist wieder einer, also ich wollte ich gar nicht. So. Ist durchgeschafft. Okay. Okay. Das war ja ziemlich schlecht von mir. Ich bin heute irgendwie auch ein bisschen nicht so gut. Ah boah. Äh, jetzt. Ach. Lauf schneller. Wow. Immer diese Zweitkämpfer. Oh man. Ja genau, jetzt hänge ich eine Spindel eben fest. Boah. Ich gehe mal kurz home und sichere die Sache. Und da kommt der Nächste. Nein, Teleport abgebrochen. Nein, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Was ist denn das? Ach man, ich sterbe die ganze Zeit. Muss ich unbedingt mal wieder Together spielen. Dann bin ich besser. Wow. Genau, jetzt werfe ich nur mit Schwert weg. Mann, Mann, Mann. Läuft das heute schlecht. So. Und wieder ab. Schneller. Ah, da ist der Deku schon. Und rein da. Verstehe ich nicht, weil ich mich die ganze Zeit verliere. Hm. Boah. 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 Nein. Oh. Komm. Auf die andere Kütz. Geht wenigstens meine KDR hoch. Alter. 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 Ja, kämpft ihr mal gegen mich? Ja, was? Alter. Ich bin heute so schlecht. Ja, kein Schwert mehr. Mann, 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 Mann. Gehe ich mal kurz einmal an, die Kipp noch rein. Und dann beende ich mal die Aufnahme. Das geht hier gar nicht gerade. Ich bin heute richtig schlecht. Habe ich die Sichtweite. Oh, das Weltherrschende. Den kennen wir doch. Der ist nett. Hallo? Der ist da oben geblieben. Hm, was soll's? Holo-Gamer. Boah. Alter. Die wirft nach... Alter, warum wirft nach Unequipped Schadenstränke? Das ist voll die Verschwendung. Boah, jetzt hat der wieder was abgesaunt. Und da kommt der Nächste, der Unequippeds töten will. Nächstes Mal muss ich auch Tränke mitnehmen. Ohne Tränke geht's ja nicht. Alter! Wer wirft denn hier immer? Nein! Da waren so viele Schadenstränke. Egal. Okay, dann sag ich jetzt hier mal Tschüss und beende ich die Aufnahme. Okay, dann sag ich jetzt mal Tschüss und beende ich die Aufnahme.